Diese Bundesregierung hat unserer Art zu leben den Kampf angesagt. Jeder, der diesem ganzen Wahnsinn widerspricht, der wird mit der Nazikeule bekämpft, er wird bedroht, er wird dransaliert und er wird noch im besten Falle als Rechtspopulist bezeichnet. Liebe Freunde, wenn es rechtspopulistisch ist, sich für die Wissenschaft und die Biologie und für Frieden einzusetzen, dann bin ich gerne Rechtspopulist und ich weiß, ihr seid es auf!